Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Viele haben es sich gewünscht und ich habe es euch ja im Unboxing auch schon versprochen. Heute wird es Zeit für einen Benchmarkvergleich mit dem neuen Google Pixel 8 Pro hier auf der linken Seite. Schauen wir mal, wie sich der Tensor G3 gegen den G2 im Vorgänger, den Pixel 7 Pro, aber natürlich auch gegen das iPhone 15 Pro Max und das Samsung Galaxy S23 Ultra schlägt. Und anschließend messen wir wie immer auch noch, wie warm die Geräte so geworden sind. Vorab aber erstmal das Übliche. Ich habe alle vier Geräte eben nochmal neu hochgefahren. Wir haben keinerlei laufende Apps. Es ist jeweils das aktuell verfügbarste Update installiert. Alle sind im gleichen WLAN, alle sind im Flugmodus. Also die Bedingungen hier wirklich identisch. Und ganz, ganz wichtig, ich sage es immer wieder, wer Benchmark-Videos unnötig findet, der soll sie sich doch bitte einfach nicht anschauen. Ich mache das für die Leute einschließlich mir selbst, die sich dafür interessieren. Und gerade beim Tensor G3 sollte das schon sehr, sehr interessant werden. So, wir haben hier jetzt den Geekbench 6 Benchmark. Ich habe ihn überall schon gestartet. Meiner Meinung nach, zusammen mit dem 3D Mark immer noch so die Nummer 1, was den Vergleich zwischen, also plattformunabhängig angeht, sage ich jetzt mal. Egal, ob das Android ist, iOS ist, aber natürlich auch Windows gegen Mac OS und so weiter. Deshalb sollte das hier jetzt sehr, sehr interessant werden. Ja, was ihr hier auch immer schön miteinander vergleichen könnt, Größenvergleich, dann seht ihr nochmal das, was ich ja auch schon im iPhone 15 Pro Max Review gesagt habe, dass es eben doch nochmal einen kleinen Tick kompakter ist als die meisten Konkurrenten, hat dafür aber natürlich auch ein etwas kleineres Display. Ihr könnt die Displayränder miteinander vergleichen. Ihr könnt in gewisser Maßen auch den Weißwert und so weiter miteinander vergleichen. Ich habe jetzt versucht, alle vier auch ähnlich hell einzustellen, aber das ist natürlich immer nicht so leicht. Vor allem merkt man auch hier, dass das Display vom Pixel 8 Pro eben einfach heller ist als das des Vorgängers. Und ja, das Thema mit den Prozessoren habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Hier ist es der neue Tensor G3 mit 12 GB RAM. Hier ist es der Tensor G2 mit 8, äh, mit ebenfalls 12 GB RAM, sorry. Und auch mit Android 14, das ist ganz wichtig. Also das ist schon installiert hier auf dem Pixel 7 Pro. Bei Apple ist es natürlich der neue Apple A17 Pro Prozessor, als einziges ein Hexacore mit 8 GB RAM. Und im Galaxy S23 Ultra natürlich der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ebenfalls Octa-Core und in diesem Falle hier mit 8 GB RAM. So, jetzt wo das alles geklärt ist, sind wir hier bei etwa 18 Prozent. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich euch hier jetzt noch großartig erzählen soll. Ihr könnt ja schon mal schauen, ob irgendwer anfängt runterzudimmen, die Displayhelligkeit. Aber meine Theorie wäre, dass das tatsächlich erst beim AnTuTu Benchmark dann, also in der nächsten Runde startet. Ich habe natürlich versucht, alle vier Smartphones so in etwa auf 100 Prozent vollzuladen. Aber ihr wisst ja immer, wie das ist. Dann nimmt man die raus, dann stellt man hier alles ein, dann schließt man die Apps und dann gehen auch schon so die ersten Prozent runter. Das ist hier jetzt auch schon passiert. Aber wir sind jetzt bei allen in etwa so bei 98 Prozent, 99 Prozent gestartet, so dass man auch das ganz gut miteinander vergleichen kann. Vor allem der Vergleich zwischen den beiden hier sollte ja ganz interessant werden. Ja, ich bin jetzt still. Wir sind etwa bei 30 Prozent, spult das Ganze für euch vor. Und dann sehen und hören wir uns wieder, sobald alle vier Smartphones fertig sind mit den Werten. So, ihr habt es hoffentlich gesehen, das Pixel 8 Pro hängt hier jetzt tatsächlich seit zwei, drei Minuten und im letzten Schritt Uploading Results. Das ist hier öfter mal so der Fall. Wir schauen jetzt mal, ob es vielleicht was bringt. Ja, jetzt wurde das Ganze hier natürlich gecancelt. Ja, ihr habt es ja hoffentlich gesehen. Also das hat sich jetzt hier einfach aufgehängt. Wäre meiner Meinung nach jetzt auch irgendwie unfair, das hier nochmal durchlaufen zu lassen, weil dann natürlich auch, was die Wärmeentwicklung angeht, das Pixel 8 Pro benachteiligt ist. Deshalb gehen wir hier einfach mal auf die History. Ich habe das Ganze nämlich auch schon mal durchlaufen lassen vor ein paar Tagen und dann hat sich ja nichts getan. Ist die gleiche Version. Es kam kein Software-Update. Und dann sehen wir hier ganz gut 1760, 1492. Also so eine Steigerung, ich würde mal sagen, im Multicore-Score von etwa 15 Prozent maximal. Und auch im Single-Core-Score, ja, da sind es dann fast tatsächlich 20 Prozent. Also ist schon ein bisschen mehr, aber kommt noch immer nicht an den fast ein Jahr alten Snapdragon 8 Gen 2 ran. Also da ist der Unterschied schon ziemlich heftig. Und das iPhone 15 Pro Max mit dem Apple A17 Pro hier im Geekbench-Benchmark, das war auch zu erwarten natürlich ungeschlagen. Da ist es seit Jahren der Champ. Das wird dann auf jeden Fall im Antutu-Benchmark noch ein interessanter, ob die anderen da auffallen können. Aber nichtsdestotrotz, also für so einen neuen Prozessor, da hätte man hier schon so ein bisschen mehr erwarten können, finde ich zumindest. So, den Antutu-Benchmark habe ich jetzt auch schon auf allen vier Smartphones gestartet, interessanterweise oder lustigerweise. Mittlerweile iOS hier sogar, was die Version angeht, ein paar kleine Versionsnummern voraus. Das war ja von, ich höre schon, irgendeines habe ich wieder vergessen zu muten. Ich denke, das sollte tatsächlich, jup, es war das 8 Pro. Also wie gesagt, iOS hier mittlerweile sogar etwas voran, aber die Tests sind meines Wissens die gleichen. Also auch das kann man ganz gut miteinander vergleichen. Aber zumindest die Android-Smartphones und vor allem Pixel 8 Pro und 7 Pro könnt ihr hier natürlich ganz gut miteinander vergleichen. Und hier werden wir jetzt auch live Ergebnisse bekommen. Beim Geekbench ist das öfter mal der Fall, dass das irgendwie oder dass der hängt im Schritt Upload Results. Aber nichtsdestotrotz, deshalb habe ich das Ganze ja vorab auch schon mal durchlaufen lassen. So, ansonsten weiß ich jetzt wirklich nicht, was ich euch noch großartig im Antutu-Benchmark erzählen soll, weil meine ersten Eindrücke zum Pixel 8 Pro sind ja bereits online, seit gestern von euch ausgesehen. Also denke ich mal, je nachdem wann ich dieses Video hier hochlade. Seitdem sind für mich aber tatsächlich nur ein paar Stunden vergangen. Aber ich finde es im direkten Vergleich wirklich krass, wie sehr Samsung beispielsweise in Sachen Performance, in Sachen Effizienz da im Vergleich zum letzten Jahr aufgeholt hat. Da waren ja wirklich Samsung und Pixel, beide natürlich mit dem von Samsung gefertigten Prozessor, so in etwa auf einem Niveau. Hier hat Samsung mit dem Snapdragon 8 Gen 2 schon deutlich aufgeholt. Und man darf ja nicht vergessen, der Prozessor ist mittlerweile auch schon fast ein Jahr alt. Ja, die Wärmeentwicklung, weil mich das immer wieder viele fragen beim iPhone. Da gab es ja letzte Woche dann diesen Fix. Ich muss sagen, ich hatte die Probleme auch vorher nicht. Ihr habt das ja im letzten Benchmark-Video gesehen. Deshalb kann ich da jetzt von nichts berichten, was irgendwie weggegangen ist oder nicht mehr da ist. Aber mir haben einige tatsächlich geschrieben, oder zumindest die paar, die diese Probleme hatten und mir vorher geschrieben haben, dass das eigentlich alles mit diesem Update tatsächlich weggegangen ist. Könnt ihr mich ja mal wissen lassen, wenn ihr das noch habt. Aber das scheint dann tatsächlich irgendein Software-Bug gewesen zu sein. Viele meinten ja von Instagram, aber das passt für mich irgendwie auch nicht, weil Instagram, ja wie gesagt, das lief ja bei mir und bei vielen, vielen anderen auch ohne Probleme. Wissen wir nicht. Beim Pixel 8 Pro ist die Wärmeentwicklung bei mir gefühlt, und ich habe noch nicht nachgemessen, aber einfach so vom reinen Gefühl, von der Alltags-Performance her, wirklich unverändert. Ja, warten wir mal ab, ob dieses Gefühl dann tatsächlich am Ende auch mit den Messwerten so zusammenpasst. Ihr könnt jetzt schön die Display-Ränder miteinander vergleichen, und ihr könnt vor allem auch beobachten, wer als erstes das Display runterdimmt, das waren ja beim letzten Mal, glaube ich, war es tatsächlich das iPhone so, was da etwas schneller, etwas stärker gedimmt hat als die anderen. Mal schauen, wie das jetzt so ist. Ich bin jetzt still, spule das Ganze für euch vor, und dann sehen und hören wir uns gleich natürlich mit den Ergebnissen wieder. Ihr habt es hoffentlich schon gesehen, auch hier war es so, das iPhone war als erstes fertig, beziehungsweise die beiden hier, also S23 Ultra und iPhone als erstes, dann mit deutlichem Abstand die Pixel-Smartphones, wobei wir auch hier so zumindest, naja, 16, 17% mehr haben beim Pixel 8 Pro im Vergleich zum Pixel 7 Pro. Aber auch hier sind die Unterschiede zu den anderen beiden, die lustigerweise fast identische Werte haben, wirklich, wirklich enorm. Ja, das sagt auf jeden Fall schon eine Menge aus. Man muss ja, oder man darf ja bei der ganzen Sache nicht vergessen, ich sage es jetzt nochmal, der Prozessor hier ist schon fast ein Jahr alt. Soviel also zum Antutu-Benchmark. Hier können wir uns auch nochmal anschauen, was die hier für eine Temperaturentwicklung angegeben haben. Also auch hier bei beiden relativ identisch. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie das Ganze dann wirklich unter Vollvolllast aussieht. Und dafür starten wir jetzt auf allen vier Smartphones. Den 3DMark Wildlife Extreme Stress Test, auch der einer meiner Favoriten hier wirklich plattformübergreifend. Da wird jetzt den Geräten wirklich 20 bis 25 Minuten lang alles abverlangt. Ich hoffe, dass auch hier, oder ich hoffe, dass hier alle vier einigermaßen gleichzeitig fertig sind. Normalerweise ist das so beim 3DMark, aber wir haben ja schon gesehen, dass die Pixel-Smartphones hier bei beiden Benchmarks bisher wirklich, ich würde fast sagen, merkbar hinterherhinken. Mal schauen, wie es hier jetzt ist. Ich spule das Ganze für euch wieder vor und hoffe natürlich, dass alles problemlos durchläuft. Vor allem, dass das iPhone hier nicht irgendwie hängt, weil das sieht gerade schon wieder ein bisschen komisch aus. Ihr schaut am besten an, oder schaut euch an, wie es aussieht so mit der Display-Heligkeit. Wie die runtergedimmt wird, ob die runtergedimmt wird. Ich finde, man sieht hier teilweise schon so ein bisschen was beim Pixel 8 Pro. Und dann sehen und hören wir uns wieder, sobald das erste Smartphone fertig ist, mit der Wärmemessung. So, das hat doch sehr gut geklappt. Die waren jetzt tatsächlich alle mehr oder weniger mit dem Power-Sekunden-Unterschied gleichzeitig fertig. Ich drehe alle vier Geräte um und dann werden wir der Reihe nach einfach nachmessen. Das fühlt sich auf jeden Fall schon sehr interessant an. Mal schauen, ob sich das jetzt alles mit meinem Gefühl deckt. Wir starten mit dem Pixel 8 Pro. 42, 43 habe ich eben auch schon mal gesehen, aber recht viel mehr wird es dann nicht mehr. Wir kommen zum Pixel 7 Pro. 42, 41, mal schauen, ob es hier auch noch ein bisschen mehr wird. Nein, und das hat sich tatsächlich auch so ein bisschen mit meinem Gefühl gedeckt. Wir kommen zum iPhone, 39, 43, also ganz ähnlich wie beim letzten Mal. Aber je weiter man runter geht, desto weniger wird es dann auch wieder. Und jetzt noch, das S23 Ultra, das eigentlich auch immer ganz stabile Werte liefert. Ja, ist bei seinen standardmäßigen 40, 41 Grad rum. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt alles wenig überraschend. Aber hier, wenn ich das jetzt so mal vergleiche, also hier im Bereich um den Prozessor, wird das Pixel 8 Pro tatsächlich etwas, das fühlt man auch als der Vorgänger. Ist nicht großartig viel, aber man merkt es. So, jetzt schauen wir uns mal die Kurven etwas genauer an. Dann sehen wir hier jetzt ein ganz ähnliches Bild, wie tatsächlich auch schon bei den anderen Benchmarks. Also zunächst sehen wir mal, dass die beiden hier auf jeden Fall stärker gedimmt haben, vor allem das iPhone als etwa die Pixel Smartphones. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass das Pixel 8 Pro hier nochmal ein paar Prozent zulegen könnte. Konnte, ich würde jetzt mal sagen so 20, 30, 40 Prozent, je nachdem wie man zählt, im besten Durchlaufscore. Im niedrigsten Durchlaufscore ist der Unterschied auch da, da ist er aber nicht ganz so groß. Die Stabilität hat dafür etwas gelitten, ist jetzt aber auch nicht schlecht. Die ist so in etwa auf dem gleichen Niveau wie die beiden hier. Und das ist für aktuelle High-End-Smartphones absolut normal. Wir sehen aber auch, dass sowohl der Snapdragon 8 Gen 2 als auch der Apple A17 Pro, was den besten Durchlaufscore, aber auch was die niedrigsten angeht, natürlich nochmal spürbar und deutlich besser sind. Also das ist hier wirklich ein Weltenunterschied. Letztes Mal hatten wir da beim iPhone, glaube ich, sogar noch bessere Werte, würde schon drauf schließen lassen, dass Apple den Prozessor hier vielleicht auch etwas gedrosselt hat mit diesem Fix. Aber das müsste ich dann mit dem letzten Video nochmal genauer vergleichen. Aber ja, und auch was so den Akkuverbrauch angeht, seht ihr, sind die beiden jetzt hier bei 82%, hier 81%. Das hat sich nicht wirklich viel genommen. Das iPhone ist noch bei 83%, aber ja. Also wie gesagt, ich finde auch diesen 3D-Mark immer, was so die Interpretation angeht, sehr interessant. Aber auch hier haben wir schon deutliche Leistungsunterschiede. Was lässt sich jetzt abschließend sagen? Nun, wie zu erwarten war, ist der Tensor G3 leistungstechnisch durchaus ein Upgrade im Vergleich zum G2, kommt aber noch immer nicht an den fast ein Jahr alten Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ran. Und auch der Apple A17 Pro ist in manchen Bereichen schon deutlich besser. Die Wärmentwicklung ist absolut in Ordnung, aber auch keineswegs besser als irgendwie letztes Jahr. Ich habe es ja vorher schon gesagt, meiner Meinung nach so in der alltäglichen Nutzung identisch wie letztes Jahr. Also weder besonders gut noch irgendwie besonders schlecht. Das sind natürlich alles nur Benchmarks, aber ich finde, es gibt schon einen ganz guten Ausblick. Und einen ganz guten Anhaltspad, weil ja doch viele die Hoffnung hatten, dass der Prozessor irgendwie auf Snapdragon 8 Gen 2 Niveau ist. Aber das können wir jetzt schon mal sagen, rein was die Leistung angeht, ist er das nicht und meiner Meinung nach auch nicht, was irgendwie so die Effizienz angeht. Es ist eine Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr, aber es ist definitiv nicht der Sprung, den ich mir jetzt zum Beispiel erhofft hätte. Was einfach wahrscheinlich mit dieser Fertigung über Samsung dieses Jahr auch nicht möglich war. So ehrlich muss man sein. Alles weitere dann im Review, das auf jeden Fall bald in den nächsten Tagen kommt. Lasst mich gerne wissen, was ihr dazu sagt, ob euch das Ganze überrascht hat, ob ihr mehr oder weniger erwartet hättet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.